Das schädlichste Lebensmittel, das dein Herz zerstört. Es gibt ein Lebensmittel, das ihr Herz massiv angreifen kann und vermutlich schlimmer ist als Zucker und Omega-6-Fettsäuren zusammen. Und es wäre wirklich fatal, wenn ihr Lieblingsessen dieses Lebensmittel enthält und Sie nichts darüber wissen. Vielleicht können Sie sich denken, was es ist. Es geht um die ultimative Steigerung der Omega-6-Fettsäuren sozusagen, die sogenannten Transfette oder Transfettsäuren. Das sind die schädlichsten Fettsäuren, die es überhaupt gibt. Und gerade in Zeiten von Volksfesten oder Weihnachtsmärkten muss man über diese Gesundheitszerstörer sprechen, denn sie lauern an jedem Stand und die wenigsten Menschen sind sich darüber bewusst, was sie sich eigentlich hier für eine minderwertige Lebensmittelqualität zu völlig überteuerten Preisen reinziehen und zwar leider auf Kosten des wichtigsten Organs und das ist das Herz. Und in diesem Video zeige ich Ihnen, was Transfettsäuren sind, wie Sie sie erkennen können, vor allem warum sie so schädlich sind für Ihr Herz, was Sie noch für weitere Krankheiten auslösen können und vor allem das Wichtigste, wie Sie sie vermeiden können und was es für gute Alternativen dazu gibt. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Selz und ich möchte Ihnen gerne ein bisschen was zu den Transfettsäuren erklären, beispielsweise wie sie aufgebaut sind in der Molekülstruktur, denn es ist nämlich wahnsinnig spannend. Wir können also davon ausgehen, dass diese Transfettsäuren sehr, sehr lange gerade Moleküle sind, im Gegensatz zu den gesunden Fettsäuren, die total verwinkelt und verschachtelt sind. Das geht um die Doppelbindungen, die in dem Molekül enthalten sind und wir können uns im Prinzip grob merken, dass je verschachtelter so ein Molekül ist, desto besser passt es einfach zu unseren anderen Molekülen, zu den Zellen und diese Transfettsäuren, die passen nicht so richtig dazu. Wo kommt dieses Trans her? Dieses Trans zeigt einfach nur, wo der Großteil der Ladungen in diesem Molekül versteckt sind. Es gibt also die Cisform und die Transform und grob gesagt können wir einfach uns vorstellen, dass diese Transfettsäuren ganz, 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 ganz lange Moleküle sind. Und warum hat man diese langen Moleküle gebaut? Was sind die besonderen, guten Eigenschaften quasi dieser schädlichen Transfettsäuren? Es geht um die längere Haltbarkeit. Indem man das Molekül verändert, hat man den Vorteil, dass diese Fette quasi länger haltbar sind. Sie haben eine andere Beschaffenheit, einen anderen Geschmack. Man kann eine Textur oder gewisse Eigenschaften diesem Fett verleihen, dass beispielsweise Backwaren fluffiger sind oder knuspriger sind. Oder dass diese Transfette auch für das Frittieren von Lebensmitteln wie Pommes frites oder sowas, dass sie dort einfach stabiler sind bei hohen Temperaturen. Und dann hat es auch noch einen wirtschaftlichen Vorteil. Diese Transfettsäuren sind einfach viel, viel billiger. Und wie kann man die machen? Man stellt die quasi künstlich her. Man nimmt andere Fettsäuren und packt da noch Seitengruppen drauf oder Moleküle drauf. Und dann hat man dieses Molekül, diese normalen Fettsäuren zu Transfetten umgewandelt. Das ist etwas, was man quasi im industriellen Prozess aktiv macht. Warum sind diese Transfettsäuren jetzt eigentlich so schädlich? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Je geknickter so ein Fettsäuremolekül ist, desto besser passt es zu unseren Zellmembranen. Und unsere Zellmembranen, die sind aus Fettsäuren gemacht. Das heißt, wir brauchen immer wieder Nachschub an gesunden Fettsäuren. Und wenn diese Fettsäuren jetzt sehr, sehr gerade sind, kerzengerade, dann haben wir ein Problem. Die Elastizität unserer Zellmembran, die geht flöten. Und damit auch die Funktionstüchtigkeit dieser Zellmembran. Und das ist im Prinzip das große, große Problem, dass unsere Zellen richtig starr werden dadurch. Und die Frage ist, wieso hat man dann das überhaupt gemacht? Man hat also im 19. und 20. Jahrhundert versucht, Öle haltbarer zu machen, zum Beispiel einen Nuss-Nougat-Aufstrich streichfähiger zu machen. Das Problem war nur, dass die Menschen damals nicht wussten, dass diese Transfettsäuren sehr, sehr gefährlich sein können für uns. Man hat einfach nur geschaut. Wir wollen einfach ein kostengünstigeres Öl bauen. Und so hat man erst jahrelang später erkannt, dass diese Transfettsäuren sehr, sehr schlecht sind für die Arterien beispielsweise. Und dass es zu negativen Auswirkungen kommt aufs Herz und aufs Herz-Kreislauf-System. Deswegen gibt es eine Obergrenze in der EU. Dort hat man gesagt, seit April 2021 gibt es die. Dort hat man gesagt, 2% pro 100 Gramm Lebensmittel, das ist die Obergrenze für Transfettsäuren. Und die FDA, also die amerikanische Aufsichtsbehörde, die hat 2015 diese Transfettsäuren als nicht sicher eingestuft und hat auch hier Obergrenzen für Lebensmittel erlassen. Die Frage ist jetzt, wie ungesund sind diese Transfettsäuren eigentlich? Also wir müssen unterscheiden zwischen guten Fettsäuren, die wir immer und immer wieder aufnehmen müssen, damit unser Körper gut läuft. Und diesen schädlichen Transfettsäuren, diese erhöhen im Prinzip das Risiko für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Typ 2 Diabetes beispielsweise auch und für die sogenannte Insulinresistenz die Vorstufe quasi für den Diabetes mellitus. Und dann machen sie eine Sache, womit vielleicht sie auch schon konfrontiert wurden, ein erhöhter LDL-Spiegel, ein erhöhter Cholesterinspiegel. Und das Problem ist, dass sie Entzündungsherde schaffen. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen vermehren oder auslösen können, wie Colitis ulcerosa beispielsweise oder Morbus Crohn. Und dann stehen sie noch im Verdacht zu Krebserkrankungen und auch zu der Schuppenflechte beispielsweise. Ebenso zu Autoimmunerkrankungen und auch vermutet man, dass Unfruchtbarkeit oder auch Knochendegeneration oder auch Probleme mit den Sehnen, mit diesen negativen oder schädlichen Transfettsäuren in Verbindung stehen. Außerdem verschlechtern sie das Gedächtnis und sie erhöhen das Risiko für die Depression. Und wir haben hier noch eine sehr interessante Sache, wenn der Anstieg der Transfette nur um 2% in der Ernährung ansteigt oder erhöht ist, dann ist das Risiko für einen Herzinfarkt um 20 bis 35% erhöht. Warum? Transfette sind schlecht für das Herz, weil sie sozusagen Teil der Zellen werden. Und die Arterien oder auch die Herzzellen, die werden dadurch einfach starr und verhärtet. Die Frage ist jetzt, wo sind diese Transfettsäuren enthalten? Beispielsweise in Pommes frites oder in Chips oder in Croissants, in Donuts, in fertigen Keksen, im Blätterteig, in Fertigpizza, in Trockensuppen, Fischstäbchen beispielsweise. Aber auch in der Bratensauce oder in der Wurst und sogar, wenn man denkt, man ernährt sich gesund und kauft sich einen Müsli-Riegel, selbst dort können Transfettsäuren enthalten sein. Und alle Knabberwaren, die man so gerne beim Fernsehabend sich reinzieht, Chips, Flips, Popcorn, Crackers und dieses ganze Zeug. Und dann natürlich auch in der geliebten Nuss-Nougat-Creme oder auch Margarine können Transfettsäuren enthalten, auch Erdnussbutter und solche Dinge und natürlich viele, viele Süßigkeiten, die irgendwie mit Fett oder Fett in der Verarbeitung haben. Und dann gibt es noch natürliche Transfettsäuren, die in den Milchprodukten auftreten, denn die Transfette, die können auch im Magen der Kuh synthetisiert werden. Das heißt, Milch enthält auch zum geringen Anteil Transfettsäuren. Wie entstehen jetzt diese Transfettsäuren? Man kann sie natürlich einerseits in der Industrie künstlich herstellen, aber Transfettsäuren entstehen auch, wenn beim Braten und beim Frittieren das Öl zu stark erhitzt wird, wenn es zu hohe Temperaturen abbekommt. Und achten Sie bitte darauf, dass Sie immer ein Öl nehmen, was diese Temperaturen auch aushält, beispielsweise High-Olec-Öle, die sind dafür gemacht, dass eben diese Transfettsäuren nicht so sehr entstehen. Grundregel immer, wenn ein Öl zu rauchen beginnt, gibt es ein Problem. Das heißt, das Öl beginnt sich dann zu zersetzen und die Gefahr, dass Transfettsäuren entstehen, ist sehr, sehr hoch. Am hitzestabilsten sind, wie gesagt, diese High-Olec-Öle, aber auch Kokosfett beispielsweise oder bestimmtes Rapsöl, bestimmtes Sonnenblumenöl, die vertragen dann Temperaturen bis zu 210 Grad. Und beim Frittieren haben wir das Problem, dass da meistens so Temperaturen von 180 bis 200 Grad aufgerufen werden. Und dort haben wir das Problem, dass eben hier diese Transfettsäuren entstehen können. Gerade, wenn das Fett wieder abkühlt und wieder neu erhitzt wird, also altes Fett quasi, dieses ständige Erhitzen der Fritteusen im professionellen Bereich, an den Marktständen und so weiter, das kann eben diese Transfette ganz, ganz explosionsartig ansteigen lassen in diesem Fett. Es gibt ein industrielles Schlupfloch, vor allem in den USA wird das genutzt. Dort haben wir gesagt, okay, wenn der Transfettsäureanteil zwischen 0,5 und 500 Milligramm in einer Portionsgröße ist, dann darf man sogar schreiben, dass das frei von Transfetten ist. Jetzt bedeutet das aber konkret, wenn Sie ein Produkt kaufen und es steht drauf, dann pro Portionsgröße frei von Transfettsäuren, dass es trotzdem Transfettsäuren enthalten kann und zwar ganz massiv. Beispielsweise bei bestimmten Kartoffelchips aus den USA, ich möchte die Marke jetzt nicht nennen, dort ist die Portionsgröße 2 Esslöffel, also eine Witzportionsgröße. Und dort steht dann groß drauf, frei von Transfettsäuren pro Portionsgröße. Kein Mensch macht sich die Mühe, dreht die Verpackung um und schaut, was ist denn dort eigentlich als Portionsgröße angegeben, denn Sie wissen selber, wenn Sie einmal mit Chips anfangen, dann gibt es kein Ende mehr und die halbe Packung oder ganze Packung ist dann ganz, ganz schnell weg. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick der Industrie, dort wird dann geschrieben, es enthält keine Transfettsäuren, die Transfettsäuren wurden dann durch Omega-6-Fettsäuren ersetzt. Deswegen macht es die ganze Sache nicht gesünder, denn wenn Sie zu viel Omega-6-Fettsäuren im Körper haben und zu wenig Omega-3, dann haben Sie ja auch das Problem, dass eben die Omega-6-Fettsäuren dann entzündungsfördernd sind. Wie können Sie denn jetzt Transfettsäuren im Alltag vermeiden? Und hier gibt es wirklich sehr, sehr gute Nachrichten. Erstens bereiten Sie Ihr Essen immer frisch zu. Zweitens schauen Sie, wenn Sie Produkte kaufen, ob da draufsteht, teilweise gehärtete Fette oder gehärtete Fette. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dort Transfettsäuren enthalten sind. Dann können Sie auf eine Heißluftfritteuse umstellen. Vielleicht kennen Sie das gerade aus den sozialen Medien, es geht ziemlich rum. Heißluftfritteusen, die braten quasi oder die frittieren mit heißer Luft und sie sparen sich quasi dieses Fette Öl. Dann sollten Sie, wenn Sie Öl erhitzen, einfach darauf achten, ob das Öl dafür geeignet ist, wie beispielsweise eben High-Olic-Öle zu verwenden oder auch das Kokosöl zum Braten zu verwenden. Wenn das Öl angefangen hat zu rauchen, dieses Öl bitte nicht mehr verwenden, schmeißen Sie es weg. Nehmen Sie ein neues Öl und dann die große Bitte, verwenden Sie möglichst wenig industrielle Lebensmittel. Und wie können Sie sich das merken? Sprich, alles, was in Tüten oder in Verpackungen oder in Schachteln kommt, das wird zu einem sehr, sehr großen Anteil Transfettsäuren enthalten. Meine Bitte, teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, denn die wenigsten Menschen wissen um die Gefahr von Transfettsäuren. Ein großes Dank an meine Kanalmitglieder, die mich hier unterstützen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Kanal live und abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis zum nächsten Video. Bis dann.